Herzlich willkommen auf dem Messestand der Kunstgiezerei Strassacker auf der Stone & Tech in Nürnberg. Wir freuen uns, viele von unseren Kunden hier begrüßen zu können und unsere Neuheiten zu zeigen, viele neue Ideen, Innovationen, neue Konzepte. Wir möchten mit dieser Ausstellung einfach weitere Gestaltungsmöglichkeiten zeigen, die den Steinmetz befähigen, mit diesem Thema personenbezogene Grabzeichengestaltung weitere Gestaltungsräume zu eröffnen. Denn Schriftarchitektur am Stein ist das Thema, einfach die Dreidimensionalität in der Schriftgestaltung hier aufzugreifen. Wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass dieser spezielle Ort des Grabes für die Traubewältigung wichtig ist, weil wir wissen, dass in diesem Moment des Grabbesuches elementare Dinge in uns passieren, die uns helfen, mit diesem Verlustschmerz fertig zu werden. Besser es gelingt, den Verstorbenen im Grabzeichen spürbar werden zu lassen, ob es die Namensdaten sind oder die Symbolik oder die Darstellung seiner Eigenschaften, Charakteristiken. Er hat es die Möglichkeit, den Angehörigen anzusprechen, emotional zu öffnen und auch diesen Prozess für die Traubewältigung in Gang zu setzen. Wie gestaltet ein Handwerker diese Zeichen? Er muss es wissen, was das Zeichen bewirken kann. Und dann muss es ihm gelingen, diese Persönlichkeitsmerkmale herauszuarbeiten und in der Form des Zeichens und in der Symbolik zu integrieren. Ein wunderschönes Teil ist hier, wir haben diesen Kubus, der steht für das Erdverbundene. Die Namensdaten des Verstorbenen schweben darüber, schon transzendent angedeutet. Mit der Funktion, dass es geöffnet werden kann, sich der Ritualraum öffnet, ich einen Stein, einen Kiesel herausnehmen kann, mit meinen Händen wärmen kann, und nochmal dieses wärmende Gefühl haben kann, zurückgeben, das Gefühl zu haben, nochmal etwas getan zu haben, erlebt zu haben und wieder zu schließen. Ja, die ganze Branche ist in Bewegung. Alle haben erkannt, dass Friedhöfe nicht mehr so bleiben können, wie sie waren. Die Friedhöfe müssen sich stark verändern. Der Emotionalität den Angehörigen muss Beachtung gegeben werden. Dahingehend müssen die Friedhöfe verändern. Und wir unterstützen sowohl die Steinmetze, wie auch andere Gewerke darin, wie Friedhöfe sich diesen Ansprüchen entsprechend umgestalten müssen. Wenn am Ende des Tages unsere Kunden sagen, wir sind inspiriert worden, wir haben neue Ideen bekommen und wir haben die Impulse gespürt und können dies in unserer Arbeit fortsetzen, haben tolle Artikel gefunden, ich denke, dann war es für beide Partner, den Aussteller und den Besucher ein großer Erfolg. Und das wünschen wir uns und dafür strengen wir uns immer ganz besonders an. Vielen Dank.